Blüm der Erste Blüm, hast du scharf eingestellt, du musst scharf eingestellt, du musst aber scharf eingestellt, Jupp, jetzt erzähl mal was Herr Blüm, ja, 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 habt ihr noch nie einen Arbeitsminister Arbeitersehen, ne, ein bisschen runter, damit ihr aufgehängt habt, ja, so, ach, ich soll zurückdrehen, oder? Das ist 5 Punkte, ne, ein bisschen Alex, danke, also Dann werden wir eine verdreheirte, Denise, wie Light ficou, ich hab mir ja schon rausgekostet, aber ganz kurz boughten, jetzt bin ich, ich hab uns das schon rausgekostet, ich hab mich jetzt schon rausgekostet, ich hab wirklich einen schönen sch permantiert, Mit vielen Kleinen und Großen. Nach inneren Trinklern. Nach keinem Trinklern. Nichts, hab ich das gerne getan. So, komm mal. Das ist das Limo-Win. Ich hab aber nicht so viele Trinklern. Ich stelle mich hier als eine Honigin. Der schmeckt gut. Auf Ecken kommt das. Gegen der Kältung. Danke, Simon. Ich muss noch zugeben, ich hab da die Töchter, oder? Ganz auf den Fasern. Ganz auf den Fasern. Sehen die mich nicht ungeheuer, eigentlich? Ist schon ein sehr optimistischer und fröhlicher Mensch. Ich war es eigentlich, ach, ich bin es auch. Leo, das ist heute nicht üblich. Heute bist du nicht beim öffentlichen Frühstück. Ja, was haben wir denn? Du bist fürs öffentliche Frühstück nicht vorgesehen, Leo. Nur wenn wir unter uns sind, warst du mit Frühstück. Er weiß das nicht. Er meint, er wird zur Familie gelassen. Leo, lies doch. Messer und Gabel. Heute wird doch mit Messer und Gabel gegessen. Siehst du es nicht? Amen, Leo. Ich muss das nicht. Die haben doch gesagt, wenn Messer und Gabel auf dem Teller liegen, bist du nicht gemein. Ich habe auch Chance. Ich habe auch Chance. Tschüss. 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 Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020